Hi Leute, Ralle hier von Ralle Gaming TV. Die Kinderwoche 2020 ist da und ich zeige euch heute wo ihr die Quest bekommt und wo ihr sie erledigt. Als erstes geht ihr nach Boralus ins Hakenkapp und da in dieses Waisenhaus. Da bekommt ihr die Questreihe und müsst zuerst mit eurem Waisenkind verschiedene Ziele erreichen und es ihnen zeigen. Wir sehen uns gleich wieder. Euer erstes Ziel liegt im Sturmsanktal und zwar an dem Strand an der Seemannsrinne. Dazu reist ihr hier an den Salzwerken vorbei zu diesem Strand hier unten und da ruft ihr euer Waisenkind und habt die erste Aufgabe erledigt. Als nächstes fliegt ihr immer noch im Sturmsanktal zum Lager der Raubeine. Dort erledigt ihr dann die nächste Aufgabe. Als nächstes fliegt ihr immer noch im Sturmsanktal zum Lager der Raubeine. Dort erledigt ihr dann die nächste Aufgabe. Wo ist doch mal Steuerbord? Kommt den Sireen nicht zu nahe. Als nächstes müsst ihr zum Freihafen. Reitet hier hoch. Seht da oben eine Ansammlung von Piraten und ruft euer Waisenkind zu euch. Damit ist dann die nächste Aufgabe erfüllt und zur Belohnung bekommt ihr weitere zwei Aufgaben. Fische sind irgendwie komisch. Danach reist ihr dann nach Drustva weiter zur Kenningers Jagdhütte. Hinauf zur Statue des Falkners mit dem Falken. Ruft wieder euer Waisenkind und der erste Teil der zweiten Aufgabe ist erfüllt. Klinge ich wie ein Pirat? Immer warm halten! Danach reitet ihr kurz den Berg hinunter. Diesen kleinen Pfad entlang zu einer Höhle. Ulfers Höhle. Erledigt dort ganz kurz den letzten Teil der Aufgabe und seid damit auch schon durch die Kinderwoche durch. Kriegt die letzte Quest die ihr bloß noch am Weißen Haus wieder abgeben müsst und könnt euch eure Belohnung holen. Je nach Vorliebe ein Haustier eurer Wahl. Das war es dann noch schon und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! 1